wunderschönen guten morgen liebe freunde der sonne herzlich willkommen zu einer weiteren let's play Witcher 3 mit Praxis wir sind jetzt genau wieder an der stelle wo wir das letzte mal aufgehört haben ich musste da erst wieder hingehen der hat so viel also ich musste einfach so weit noch gehen also gespeichert hatte es direkt nachdem ich den das monster besiegt hatte also es war noch ein gutes stück und da muss ich halt noch mit dem quatschen die ganze zeit naja weiß ich weiß wir haben es geschafft ich habe es geschafft für euch geht es direkt weiter und wir hören uns erstmal natürlich die nicht so belangvollen sachen an fangen wir einfach von hinten an oder wo bist du gewesen hast du getrieben wie ist es tot zu sein wie kommst du damit klar kein blut zu trinken wie ist so eine regeneration ja ich fange mit der drei an ich wüsste gern was du getan hast nachdem du auferstanden bist da war ich zunächst voll auf mit meiner erholung beschäftigt wie du dir vorstellen kannst ich bin immer noch nicht der alte aber im ersten jahr war ich so schwach dass ich nicht gehen und stehen konnte dettler vertrug meine schwäche mit großer geduld wäre er nicht gewesen wäre ich jetzt nicht hier denn meine regeneration hätte viel länger gedauert als ich endlich alleine stehen konnte ging ich nach brugge in meine einstige heimat dillingen ich lebte das friedliche leben eines heilers und chirurgen auf dem lande ich genoss den respekt meiner nachbarn und tat eigentlich das genaue gegenteil von dem was vampire nach landläufiger meinung so machen brugge hat deine auferstehung nicht sentimental gemacht vielleicht ein wenig und du wo bist du gewesen hast du zirala gefunden damals so und dann habe ich sie wieder verloren und als die zeit reif war kam sie zurück und wir besiegen gemeinsam die wilde jagd da habe ich ja wirklich was verpasst und ob aber wir reden ein andermal darüber jetzt wüsste ich gerne mehr von dir oder haben gefühl das wird ein langes gespräch bin gespannt ob wir das jetzt hier in der folge hinter uns bekommen oder aber dann noch eine folge anfangen müssen ich musste die frage stellen die sich jeder stellt was geschieht nach dem tod ich soll dir sagen ob der menschliche glaube an götter begründet ist das kann ich nicht wir vampire sind komplett andere wesen als ihr menschen wir können ohne form existieren wir brauchen kein herz kein hirn und keinen atem warst du dann tot nach menschlichem verständnis des begriffs ja und hast du etwas gefühlt oder gedacht schwer zu erklären ich fühlte etwas sehr unangenehmes ich kann es nicht mal benennen weil ich nicht denken konnte erst nach meiner auferstehung begann ich zu begreifen dass es kalte unvorstellbare angst war die ich gefühlt hatte wäre dettlerf nicht gewesen wäre ich wohl im unendlichen eisigen terror ertrunken dann kannst du nicht lebendig gewesen sein ein übles erlebnis tja wirklich es ist mit kaum etwas zu vergleichen aber wir sehen den tod trotzdem anders als ihr ihr klammert euch ganz erstaunlich ans leben dabei seid ihr sterblich die sache ist schon ausgemacht der tod ist euch gewiss es ist nur eine frage der zeit es ist schwer zu verstehen warum ihr euch so abrackert ob man nun mit 20 stirbt mit 40 oder 100 das sind doch alles nur augenblick kommt auf den standpunkt an wer eine millionen kronen ausgeben kann versteht jemanden nicht der nur 20 kronen hat wie wahr es hängt wirklich viel vom standpunkt ab ich hätte eigentlich gedacht dass gerald jetzt wieder irgendwas erzählen muss aber sieht nicht so aus jetzt hast du ein neues leben einen neuen körper ist das ein neuanfang eine leere tafel ein neuanfang ist eine komplexe sache was genau meinst du zum beispiel deinen blutdurst erinnert dein körper sich noch daran vielleicht würdest du jetzt nicht mehr süchtig danach wenn du blut trinken würdest alle süchte sind sklaverei ich bin nicht geneigt mich diesem risiko auszusetzen nur um eine hypothese zu physischer regeneration und stabilität von neigungen zu testen schon gut ich war nur neugierig tut mir leid keine sorge gerald neugier ist unter den umständen eine natürliche reaktion und eine eigenschaft die ich an dir stets geschätzt habe es doch jeder mensch neugierig oder und hexer sind ja auch im endeffekt irgendwie also es sind ja auch menschen logischerweise und veränderte menschen von daher es ist eher ungewöhnlich wenn ein mensch nicht neugierig ist ich weiß gar nicht ob es überhaupt gibt vielleicht wahrscheinlich wahrscheinlich gibt es schon aber ich glaube ich kenne niemanden ich denke selbst die leute die behaupten von sich selbst oder die meisten die man sich selbst behaupten sie werden nicht neugierig sind halt aber realisieren sei einfach nicht als neugierig das regenerationsvermögen von vampiren hat mich schon immer fasziniert eine nachwachsende hand ist eins aber eine auferstehung aus einem nassen fleck es ist schwierig und aufwendig aber doch möglich wie meine anwesenheit beweist aber wie ich hörte hast auch du einiges erlebt angeblich hattest du das gedächtnis verloren eine weile triss hat mir geholfen mich zu erholen ich habe noch glück gehabt dass ich nur eine amnesie hatte ja ihr menschen seit in dieser hinsicht dumm dran dabei ist es so leicht euch ums leben zu bringen ihr habt mir da immer leid getan uns vampiren ist viel schwieriger beizukommen wenn wir tatsächlich umgebracht werden können wir mit hilfe eines höheren vampires wieder auferstehen nur wenn wir von der hand eines anderen vampires sterben ist der tod für immer und es gibt keine auferstehung das ist einer der gründe warum höhere vampire vor langer zeit geschworen haben nie gegeneinander zu kämpfen krass das hätte ich nicht gedacht also sind sie doch nicht 100 prozent unsterblich halt nur fast ist ja fast ja wobei ist es ein bisschen krasser als highlander bei highlander konnten ja alle unsterblichen getötet werden indem sie enthauptet wurden egal wer das war aber ich glaube bloß andere unsterbliche konnten die kraft des getöteten unsterblichen aufnehmen ich glaube wenn den sterblichen unsterblichen umgebracht hat dann ist er zwar gestorben aber der unsterbliche der bei den vampiren können sie ja nur von ihresgleichen und dann auch nur von den höheren vampiren umgebracht werden für immer von den niederen also auch nicht also ist noch mal ein bisschen krasser als bei highlander fällt mir ein highlander war eigentlich auch eine ganz geile serie da gab es glaube ich auch filme aber gleich hat nur die serie gesehen weißt du was wir reden später quatsch also gut du hast eine frage frei was willst du wissen nur eine frage an eine so faszinierende persönlichkeit wie dich gerald welch grausamer geiz ich tue mein bestes wenn du sterben und auferstehen würdest wie ich würdest du wieder hexer werden also aus dem gesichtspunkt wie ich gerne als charakter einschätze würde ich sagen ja ich habe eigentlich nicht wirklich bedauern feststellen können darüber dass er hexer gebunden ist und wenn ich jetzt nämlich in mich rein versetzen müsste wie aussagen ja wobei schon ein bisschen schade ist als hexer dass man sich nicht fortpflanzen kann ich würde vielleicht auferstehen mich fortpflanzen also ein kind oder kinder zeugen und dann zum hexer werden aber da müsste man natürlich relativ schnell jemanden schwängern weil er ja nicht erst mit 50 hexer werden oder so weißt du regis ich weiß nicht ob ich zu was anderem tauge hast du es je versucht ich sehe so leicht werde ich dich nicht los du willst eigentlich wissen ob ich gerne hexer bin und du fragst wie üblich nicht direkt ich bin gern auf der jagd lese spuren finde hinweise und ich mag die spannung vor dem kampf nichts setzt so viel adrenalin frei wie ein kampf gegen eine bestie sogar an die verachtung der menschen habe ich mich gewöhnt ja ich denke nicht oft drüber nach aber ich bin gerne hexer vielen dank für deine ehrlichkeit sie ist eine eigenschaft der wahrhaft mutigen und daher das privileg nur weniger immer noch keine spur von deinem gefiederten freund hat er dich auch bestimmt verstanden tod sicher warten wir noch eine weile er kommt bestimmt bald zurück ich frage mich ob auch nacht gewesen wäre in dieser szene wenn wir nicht nachts hingegangen wären sondern tagsüber ist es denke schon weil es einfach sehr passend ist aber weiß es nicht aber gut es ist auch tag von daher wird schön sein immer wachsam sogar im schlaf fast wie ein vampir ob sie euch bei der kräuter probe wohl ein paar unserer gene unter jubeln vielen dank für die blumen was gibt's neues du hattest recht meilenweit keine kobolde und keine blenden war klar darf ich ausreden es gibt einen fleckenwicht in einem verlassenen anwesen im caro bertha wald unmöglich meinesgleichen haben sämtliche fleckenwichte ausgerottet bevor ich geboren wurde dann musst du wohl deine ansichten über fleckenwichte korrigieren diese hat jedenfalls den hexer feldzug überlebt ich glaube ich kenne das haus in dem er sich eingenistet hat die leute halten es für verflucht vielleicht konnte er deswegen ungestört dort hausen oha der letzte fleckenwicht der vielleicht letzte fleckenwicht den wir umbringen sollen das ist schon krass ist generell halt immer so krass dass sie halt versuchen die monster komplett auszurotten ich mein im aller aller weitesten sinne kann man die ja schon mit tieren vergleichen es sind ja irgendwo auch tiere und es ist natürlich schon eine eigene form die monster weil sie als sehr gefährlich sind und normalerweise auch einfach bösartig sind nicht wie normale tiere die sich eigentlich nur verteidigen wenn sie ihr revier verteidigen ihre kinder oder halt irgendwie sich in gefahr fühlen aber dann halt trotzdem die ganze rasse auszurotten wie sie es halt mit den drachen auch gemacht habe gibt es glaube ich auch keine richtigen drachen mehr obwohl er immer sagt hier hausen drachen wenn man an den rand der karte geht aber richtige alte drachen gibt es ja anscheinend nicht mehr die waren ja riesengroß nur noch drachen ähnliche wesen oder verwandter dran mal schauen mal schauen mal schauen wie dieser fleckenwicht aussieht wie war das mit dem fluch weißt du noch mehr über den wicht wichte wohnen selten in wäldern erst recht nicht in verlassenen häusern sie bewohnen die entlegene wildnis alte friedhöfe worauf willst du hinaus vielleicht ist es gar kein fleckenwicht dein gefiederter freund könnte sich geirrt haben das möchte ich bezweifeln raben sind hochintelligente kreaturen mit hervorragender beobachtungsgabe und was genau haben sie beobachtet das gebiet und das anwesen ist voller löffel löffel erspar mir das skeptische grinsen ich habe mir das nicht ausgedacht vielleicht hortet dieser fleckenwicht schätze oder die löffel haben etwas mit dem fluch zu tun jetzt wollte ich ja eigentlich erst mal das nebenquest weitermachen mit diesem blutenden baum aber jetzt ist es hauptquist auch so mega spannend weißt du noch mehr über den fluch ich erinnere mich kaum mich interessieren solche sachen nicht sehr er wurde mir gegenüber eher als anekdote erwähnt komm schon streng dich an alles könnte wichtig sein irgendwie ging es um hunger oder hier raublust jemand wurde bestraft das wäre die lehrbuch definition eines fluchs tut mir leid gerald ich belaste mein gedächtnis nun mal nicht mit den details jeder x beliebigen geschichte die ich höre was denkst du ein vertreter einer längst ausgestorbenen rasse und ein fluch am selben ort zufall oder stehen sie in zusammenhang professionelle neugier ich habe nichts dagegen dass du diese frage untersuchst aber denk bitte daran dass wir nur etwas speichel vom wicht brauchen sonst nichts vielleicht ist er ja sogar intelligent wir müssen gar nicht umbringen also los du setzt schon mal den absurd an ich besorge den speichel den müsste ich in seiner suppe finden meinst du der wicht verkauft dir einfach was im schlimmsten fall bringe ich die speicheldrüsen mit wir müssen es auch tun ich dachte schon du wolltest ihn bitten in ein reagenzglas zu spucken ja die speicheldrüsen wären wunderbar also bis später ja bis dann ich fange mit ein paar büchern an bücher ich dachte du machst den absurd wir brauchen dann noch eine zutat aber die muss man erst mal kriegen hoffentlich kann ich eine alternative finden gut viel glück die auch mein freund regels ähnlich interessanter charakter wie gaunter odin mobile gaunter odin ich glaube an den kommt niemand rein was die was das geheimnisvolle und interessante angeht keine ahnung er war das verkörperte böse der teufel ich weiß es nicht das war auf jeden fall sehr interessant in hearts of stone ok dann wollen wir mal fleckenwicht ja sieht eher aus wie so eine ghoul art aber könnte natürlich intelligent sein die beste verteidigung gegen fleckenwichte besteht in ruhe und stille abhandlungsfragment über fleckenwichte von roderick gilligarden fleckenwichte sind eine von hexern praktisch ausgerottet darunter form der wichte haben wir wichtige aha hier das sind wichtig okay ja gut es ist immer ein zombie sieht aus wie ein zombie könnte intelligent sein aber die wahrscheinlichkeit ist wohl eher gering wenn ich das sehe kann aber ein zombie zu sein wichtig die toten schätzen angeblich die stille davon weiß ich nichts aber auf wichtig trifft es eindeutig zu heinrich von grott wichtig wirken zwar nicht wie besonders freundliche kreaturen aber es gibt keinen anlass ihnen feindselig zu begegnen wenn man sie in ruhe lässt gefährden sie niemanden sie sind vielmehr an ihren suppenkesseln und gebräuen als an kämpfen interessiert diese spezies lebt häufig auf alten begräbnisstätten wird aber auch an neueren friedhöfen oder bei massengräbern angetroffen wichte verbringen die kalte jahreszeit in einer art winterschlaf sie leben als einzelgänger von einem rudelweisen auftreten ist noch nicht berichtet wurden wenn wichte ihr territorium bedroht sehen wozu ein betreten dasselben schon genügt verwandeln sie sich in fürchterliche gegner und können entgegen ihre sonstigen gewohnheiten sogar andere monster zu ihrer unterstützung herbeirufen warum haben sie denn die fleckenwichte ausgerottet wenn die anscheinend gar nicht so gefährlich sind oder sind fleckenwichte da deutlich anders praktisch ausgerottete unterform der wichte sie sind größer als ihre fleckenlosen verwandten und verdanken ihren namen den zahllosen flecken und absonderungen ihrer haut fleckenwichte leben meist auf alten friedhöfen und fernab in der wildnis es kommt jedoch auch vor dass sie in verlassenen menschlichen behausungen untergriechen ihre größte leidenschaft besteht darin sich aus ihren eigenen absonderungen eine suppe zu kochen achte gott wenn man sie nicht stört sind sie nicht sehr aggressiv fühlen sie sich allerdings bedroht können sie sehr gefährlich werden bei tiefen temperaturen fallen sie in eine art winterstarre manche sagen hexer hätten eine tod sichere art gefunden fleckenwichte zu überwältigen sie soll etwas mit dem klugen einsatz des irden zeichens zu tun haben aber vielleicht ist es auch nur hexergarn krass wieso haben die dann ausgerottet wenn die gar nicht so aggressiv sind es gibt super viele andere total aggressive bösartige kreaturen und konnten sie auch so was so was mache ich denn jetzt das aber auch weit weg jetzt das haupt quest wenn das sehr nah gewesen wäre hätte ich wahrscheinlich gemacht aber dann mache ich jetzt doch erstmal die nebenquests weiter vor allem halt das nebenquests gesehen 1 ritter ist das wie heißt das jetzt zum labor des professors fülle die hhhhh driftig neben einem turnier teil mein glanzer streuen geht zum luchs felsen das ist es genau das wollte ich erst mal machen ist noch noch weiter weg als das hauptquest ich weiß aber es hat gerade interessant und ich habe immer gerne so eine mischung aus also ich will halt nicht was man nicht gefällt ist wenn ich am ende quasi das hauptquest durchgespielt habe von jetzt hier blood and wine und danach neben quest ob man das gefällt mir halt nicht also ich will lieber alle neben quest und fragezeichen vorher abgeschlossen haben bevor ich eben zum ende des zum ende des hauptquests kommen ich will quasi dass wenn die hauptgeschichte vorbei ist ich mit dem spiel abschließen kann das gefällt mir persönlich besser als dann noch irgendwelche fragezeichen abzuklappern oder neben quest zu erledigen das kann man ganz gut einschätzen jetzt ist natürlich noch lange nicht so weit dass das hauptquests zu ende ist deswegen kann ich hier auch ohne probleme jetzt hin und her switchen wie ich halt gerade bock habt irgendwann ist es halt auch meistens so dass ich einfach ich habe dir gerade vielleicht keine lust haben neben quest zu machen oder fragezeichen und wenn das der fall ist dann wenn wir hin rennen sind wir schneller dann ist man nämlich nämlich querfeld eingehen was mit plötzlich nicht klappt ja wenn ich halt gerade kein bock auf nebenquests macht das hauptquests weiter wenn ich kein bock aufs hauptquests macht als nebenquests logischerweise aber ich zwinge mich meistens irgendwann dazu dass hauptquests als man wieder nicht weiter zu verfolgen wobei wie gesagt gerade ist es echt spannend dass mit dem flecken möchte mich schon interessieren panther greifen die an die greifen nicht an was aber nicht heißt dass sie keine gefahr sind schön wie gerard meine frage waren würde erscheinen mittlerweile mit mir zu reden weil er da macht der merkwürdig ich bin ja echt mal gespannt wie das hier weitergeht mehr markierung eingang werden wahrscheinlich gleich hingehen müssen in die höhle denke ich mal ich glaube löwenzahn haben wir für irgendwas gebraucht sehr lustig auf jeden fall dass wir die einfachen sachen jetzt brauchen eine hütte die der hexe hier eigentlich irgendwo ein weg markierung wenn ich die käfige schon sehe dann ist das doch schon ein indiz dafür dass hier menschen festgehalten wurden irgendwo was rum leckeres essen haben wir gerade ein paar früchte tabakspfeife flasche und becher lokaler pfefferwodka bestimmt verschlossen oder ich wollte eigentlich einfach nur rein die hütte sieht bewohnt aus aber es ist niemand da ich sehe mich besser mal um gute idee gerald ghoul blut wechsel überlösung rezept transmutator immer alles mit gehörter hexe die braucht es nicht warum nicht nicht eindeutig keine ahnung was da drin ist zur transmutation von körpern die transmutation von körpern ist eine der schwierigsten aufgaben die ein magier vollbringen kann tatsächlich ist es nur den wahren meistern auf diesem gebiet je gelungen und selbst sie haben nur eine der formen perfektioniert die schwierigkeit entsteht in den psychophysischen einschränkungen da sich der magier nur in ein tier verwandeln kann das er genauestens kennt oder war das vielleicht der panther ein bekanntes beispiel hier ist ulf schwarzbart der jahrelang mit einem bären in einer höhle lebte um die lebte sens des tieres in sich aufzunehmen lieber ivonis lieber ivonis die kammer der magier hat dieses werk verboten dann kann ich an einem ort name dann kam ich an einem ort namens pnatal in einer welt die shagai genannt wird der verstand eines menschen kann dieses land nicht verstehen wo einem nicht geometrische formen und schreckliche farben ungewohnt ins auge springen in dem moment als ich ankam war ich am rand des wahnsinns ich stieß einen stummen schrei aus und schwitzte blut als zwei sonnen über meinen kopf aufging ich fiel auf die knie und betete zu zu tag war nicht um erlösung sondern um einen schnellen tod und dann kamen sie hinweis vom hund des einhorns die maus sieht anfangs wie hartkäse aus zu staub zermahlende knochen schwarz magische puppe eine wand mit zauberbauelementen oder trophäen geil ist wie immer alle wir immer alleine vor sich hin redet so als als weiß ich nicht als wenn er nicht denken könnte ein seidentuch bestickt mit den buchstaben d und f damit könnte ich den fluch brechen wenn es davis ist eigentlich verlieren sich nur wildkatzen hierher aber es scheint als hätte ich einen weitgereisten gast was suchst du hier ich hab schon gefunden du willst doch nicht den fluch auf dem bau mädchen brechen oder und wenn doch dann solltest du wissen dass du deine zeit verschwendest die alten legenden hat sie dir deine oma nicht erzählt selbst für mich die hexe vom luchsfelsen wäre es kaum zu schaffen die macht der liebe und der sehnsucht zu besiegen der ritter der zu dem mädchen gehörte bei hier ritter garrett ja er wollte mich besiegen hat sich dann aber anders überlegt genauer gesagt nach der ersten nacht bei mir er blieb eine ganze weile hier dann hat ihn sein gewissen übermannt und er wollte zurück zu seiner geliebten er wollte vielleicht aber er hat es nie geschafft unterwegs geschah ein tragisches unglück hattest du irgendetwas mit diesem unglück zu tun aber klar sollte ich etwa ein mann der mir gehört der einfach einer anderen überlassen unmöglich also schon eine böse hexe was wenn ich dich freundlich bitten würde den fluch zu brechen garrett hat bekommen was er verdiente und was mit seinem flittchen passiert ist war nicht mein fehler gut es ist also nicht dein fluch aber du könntest ihn brechen oder das könnte ich wohl doch warum sollte ich ich werde mich dir geben ich werde mich dir ergeben ich werde mich dir ergeben mich vor dir niederwerfen wie garrett in der geschichte ich bitte dich inständig mir zu helfen bricht den fluch der dafne in dem baum gefangen hält als ich dich meine hütte betreten sei da dachte ich das ist ein mann der sich niemandem beugt steh auf keine nicht mal ich kann den mädchen die verlorenen jahre zurückgeben oder das leid lindern das sie erlitten hat wir können sie nicht wieder zum leben erwecken aber ich verrate dir wie du sie in frieden gehen lassen kannst aber meine hilfe hat ihren preis eine locke deines haars hm woher weiß ich dass du damit nicht einen zauber auf mich wirkst ich brauche sie unbedingt für einen zauber der mich für alle zeit vor dir verbirgt für nichts anderes du wirst mich nie wieder heimsuchen und du hast nichts zu befürchten denn ich halte immer wort die hat wohl angst dass ich sie umbringe oder was auf keinen fall du wirst den fluch brechen weil ich es dir befehle keine chance das schaß ich schon selbst ach das ist schwierig oh ist das schwierig was mache ich denn jetzt ich tendiere zu gut abgemacht oder zu keine chance das schaffe ich schon selbst ach mein gefühl sagt mir soll dir die locke nicht geben ich werde dir nicht trauen nicht mal mit einer haarlocke oder was anderem um den fluch kümmere ich mich ohne deine hilfe dann mal los viel glück dabei du lässt mich gehen einfach so es gebe kein besseres ende für diese kleine geschichte die besuchszeit ist um leb wohl auf nimmer wiedersehen auch interessanter charakter er würde mich ja echt mal interessieren was die andere option gewesen wären ich glaube das mache ich jetzt auch als ende dieser folge passt auf wir haben jetzt gespeichert das ist jetzt unser weg den wir weiter gehen werden aber ich werde mal laden vorher ich glaube das ist der gleiche Punkt genau wir werden mal die anderen optionen uns angucken ich habe das gefühl das hätte interessanter sein können mit ihr aber wie gesagt wir gehen den weg jetzt erstmal so weiter würde ich sagen ach ja laden dauert ja immer so lange ach das ist echt das ist ein also ich kann es nicht als als ernsthaft gemeine kritik anbringen dass es lange lädt weil einfach die welt riesig ist und wenn man einmal in der welt drin ist lädt es ja eigentlich so gut wie nie wenn man nicht gerade wieder irgendeine zwischensequenz hat aber das ist natürlich trotzdem so dass ein menschliche geist keine lust hat zu warten und man ungeduldig ist weil das spiel so geil ist deswegen das nervt mich schon mit diesen langen ladezeiten wenn man halt die komplette welt quasi neu laden muss aber ich kann es nachvollziehen und wie gesagt ist keine ernst gemeine kritik an dem spiel muss geht halt nicht anders also geht schon anders aber dann hätte man halt andere einbußen so fällt mir gerade ein da lag da auch noch was rum was wir gar nicht angeschaut haben ja aber es ist niemand da ich sehe mich besser mal um Bemerkungen zur richtigen verabrechnung von Schafgabe Notizen über die Nutzung von Schafgartenstilen interessant Schafgabe wird hauptsächlich zu medizinischen Zwecken genutzt wie bereits oben erwähnt heilen die Blätter dieses Graus wenn sie auf den Körper gelegt werden alle möglichen Arten von Verletzungen, Wunden und Schmerzen die aus dem Sud entstehende Tinktur ist gut gegen gewöhnliche Erkältungen, Koliken und Appetitlosigkeit zusätzlich zu den Heileigenschaften können die Stile der Schafgabe zum Wahrsagen benutzt werden diese Art der Weissagung mag vielleicht seltsam erscheinen ist in Wahrheit aber einfach und effektiv man kann sich wirklich auf die Fragen konzentrieren und erhält eine sowohl genauer als auch befriedigende Antwort Jetzt nehmen wir mal zuerst was anderes Hm Ein Pfeil in der Mitte zerbrochen hat dem Schützen kein Glück gebracht Geil wie wir durch Zufall genau das richtig genommen hatten Der Zweig einer Weinrebe vielleicht um eine gute Ernte zu beschwören oder eine schlechte diese Puppe sieht wie ein Hilfsmittel aus um Flüche zu sprechen ein und wenn dann so wir machen trotzdem erstmal die vier ja ich kann den Fluch selbst brechen da kommt wahrscheinlich das gleiche raus wie wir was wir gerade gemacht haben nur dass es halt schneller geht und da nehme ich direkt die drei wenn du mir nicht hilfst wirst du es bereuen ich werde dich zwingen weißt du was mich so richtig wütend macht Geschrei und Drohungen besonders unter meinem eigenen Dach das wäre alles nicht nötig wenn du kooperieren würdest wie sollte ich denn wenn du sowieso bald tot bist jetzt kämpfen wir halt einfach doch nichts spannendes wie es aussieht das war jetzt total unspannend muss ich zugeben ich habe auch keinen Bock die jetzt platz zu machen wozu auch wir wissen ja was dann passiert oder sie ist dann halt tot ne so oh Gott die Folge wird ja ewig lang aber ich will dafür keine neue Folge anfangen wenn ich ehrlich bin so jetzt gäbe es noch die Option halt direkt zu sagen hier pass auf bingo bongo schnick schnack schnuck rein in den kleinen Muck wir haben wir machen es alleine aber dann kommen wir wahrscheinlich einfach da raus wo wir halt ähm gespeichert hatten also dass sie halt sagt alles klar machs gut lässt uns raus und jetzt gucken wir mal was passiert wenn wir die Locke geben aber ich glaube es passiert doch nichts wirklich spannendes ich dachte jetzt verstrickt sich das dann einfach mehr oder so aber ich denke ich habe mich geirrt also anscheinend bleibt es dann einfach so also es wird anscheinend nichts wirklich super spannendes passieren aber gerade weil sie halt gesagt hat sie will die Locke verwenden damit wir sie nicht mehr wiederfinden das klingt halt fast so als ob wir sie nochmal irgendwann sehen würden oder sehen könnten oder sehen müssten wenn sie nicht die Locke hat so jetzt später im Spiel deswegen dachte ich mir gibt es ihr die Locke besser nicht ich glaube zu ehrlich gesagt liegt da sie lügt das hat einfach nicht so gewirkt aber naja mal schon so die Hütte sieht bewohnt aus aber es ist niemand da ich sehe mich besser mal um da ich werde dich zwingen ich kann den Fluch selbst brechen Wenn ich das jetzt mach, krieg ich immer wieder das Logger nicht hin, aber ich geh guck, was da passiert. Okay. Du lässt mich gehen. Scheiße. War ja komplett sinnlos. Oh. Aber ich wollte einfach wissen, was passiert, wenn ich den Punkt nehme. Ach, war das dumm, ey. Hä? Wo ist denn jetzt der Speicherpunkt hin? Hallo? Ist er das? Nee, das kann er doch gar nicht sein. Das ist der Speicherpunkt. Oh, fuck. Wie weit kommen wir denn jetzt zurück? Oh, ich muss die Aufnahme jetzt hier trotzdem erstmal beenden. Das wird sonst nichts. Ich beende die jetzt und wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich will nicht, dass die hier stundenlang geht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö. Tschö. Tschüss.